Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, mach dich weg Komm, geh eine kleine Runde spazieren Zwei sind das, oh, okay Der eine geht Nein! Kommt gern Nee, jetzt steht der jetzt da die ganze Zeit, oder was? Okay, der dreht sich schon gleich nochmal um Da kann ich aber überall nochmal rein, ne? Aber das mach ich nicht Also ich warte jetzt, bis er sich umdreht Ah, nee, der kommt hier Ist der nicht vorhin auch hier runtergegangen? Konnte ich hier irgendwo speichern? Bin ich doof? Was kostet die Welt? Ich werde hier nicht verressen Auf keinen Fall Ich glaube, ich habe was gehört Schick Was? Ähm, naja, dann pumpen wir mal ein bisschen rum, ne? Hätte ich gesagt Laden Das ist deine eigene Schuld Äh Gönnen wir uns den mal noch? Kann ich ja nicht was einsammeln dann vielleicht mal? Bisschen Pumpgun Munition Oh, jetzt kommt es Wo ich jetzt einmal hier so aufgeräumt habe Könnte ich ja auch mal rumschauen, ne? Ich möchte jetzt diesen Vollfreak finden Diesen Marlo Vollhorst Bin zu weit weg Warum duke ich mich jetzt hier rum? Äh Da ist noch was Interessantes Ne Da habe ich noch ein paar Schüsschen, ne? Da kann ich mir ja schön nochmal hier ein bisschen Oh, mal Da können wir speichern Boah, alter Vater Und ich dachte, vorhin wäre es schon Feierabend Aber ich muss gleich eigentlich schon wieder Pause machen Weil sonst Kriege ich hier echt, äh Rücken Was? Das ist doch nicht richtig, oder? Pfff Ja, ich habe keine Ahnung Ich höre es noch nicht poltern Ist er das? Ne Aber es ist auf jeden Fall kein bewaffneter Typ Nutzen Ach, das ist doch Ja, klar Ah ja, supergeil Alles klar Ja Hätten wir die Koordinaten der Torrents Könnten wir die Übertragungsschlüssel manuell ausrichten Umgehen sie die Apollo vollständig Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja Damit sollten sie die Koordinaten der Torrents finden können Ich mache Ihnen die Tür ab Krasser Scheiße, ey Also solange jetzt gar kein Alien kommt Baller ich mich jetzt hier mal durch Ein bisschen Ein bisschen Action Mal ein bisschen die Waffen benutzen, ne? Aufzug rufen? Ne, muss ich das? Äh Ja Puh, Wahnsinn, ey Das gibt es doch gar nicht Also wenn das jetzt echt noch Ich habe halt keine Vorstellung Wie lange das jetzt noch geht Ich dachte jetzt wäre halt Showdown Und Ähm Ist jetzt gleich vorbei Aber ehrlich gesagt Geht das ja doch noch lang Hallo Alien Hm Schauen wir mal Nicht, dass ich jetzt müde werde oder so Dann bin ich nachher nicht mehr kommunikativ Und nicht mehr lustig Naja, lustig vielleicht sowieso nicht, aber Was erwartet mich Ach, andere Seite Ach, hier waren wir doch schon mal, oder? Ich speichere jetzt nochmal Wahrscheinlich können die Androiden auch mal sehen, wo ich mich einlogge Was natürlich auch sehr geil wäre So, ähm Achso, doch Das war richtig sogar Da muss ich jetzt Okay Schau mal Ist hier jemand? Hallo Verdammt Ich kann die Abriegelung nicht obgehen Machen Sie weiter Das Schiff wartet da draußen auf uns Okay, ich weiß nicht Okay Ich weiß jetzt nicht, ob die Versuchen Sie es nochmal Okay Okay Ich weiß jetzt nicht, ob die gut oder lieb waren Lieb Genau Die lieb waren Komme ich da jetzt rein eigentlich? Nee Was? Nein Ach doch Ionen schneide Ich schneide mit Ionen Ich habe einen Ionen füllen Damit kann ich das auch aufmachen Übrigens Lalalala Push to close Rechte Maus, dass der ist Ha, ich strebe Und weiter geht's Es ist immer wieder ein Minispiel kommen, ne? Okay, was geht hier? Der ist erschossen worden Der ist nicht Suchen Der ist nicht, ähm Was heißt, gealient worden Was soll ich denn jetzt hier machen eigentlich? Äh Finden Sie das Observatorium der Silvastopol? Hab ich Oder? Ähm Kann ich irgendwas benutzen? Nee Kann ich mich reinsetzen? Nö Hö? Hab ich irgendwas eingesammelt? Oh, hallo Das ist ja Warte mal Naja Gut, muss ich hier noch irgendwas machen? Nee Hä? Hä? Muss ich alle über den Haufen schießen? Tja Nee, nee, nee Das muss schon da irgendwas sein Hey Oh, ich muss Muss ich Nee, Tür verschlossen Da muss ich bestimmt rein Aber da komme ich auch nur durch die Tür rein Und die ist verschlossen An irgendein Dings hier Wahrscheinlich Ich möchte die nicht alle töten Echt nicht Eigentlich nicht Aber manchmal muss Muss eine Ripley tun Was eine Ripley tun muss Aber ich weiß nicht Wo ich als erstes rumknallen soll Und vier Schuss habe ich Das heißt, wir müssen alle beim ersten Mal sitzen Weil sonst muss ich da zwischendurch nachladen Wir kommen doch an Zeiten, in denen wir nicht bis zum Hals in dieser Scheiße stecken Das sind doch Zivilisten, oder? Nein Oh, das war doof Oh Mann, ey Dies ist einfach auf die Entfernung irgendwie suboptimal, ne? Ja, in diesem Raum habe ich mich schon mal besonders geil angestellt Ja, es tut mir leid Ich wollte das nicht Aber es wäre bestimmt eine Möglichkeit gegeben Das ohne zu machen Wahrscheinlich Aber Irgendwie Muss ich ja auch mal schießen, ja? Ich war jetzt schon so zart immer Ähm Was finden sie das? Habe ich ja gefunden Jetzt kann ich hier irgendwas benutzen Oder habe ich das umsonst getötet? Muss ja irgendwie Okay, das ist verschlossen Ich muss ja irgendwie den Diese Tür aufbekommen Boah, jetzt habe ich hier echt umsonst aufgeschüttet Abgeschüttet, knallt, ne? Das ist ja scheiße Das ist ja scheiße Ach Mann Ja, in diese Kanäle-Dinger Das bringt mir ja immer gar nix Hier ist auch nix Durch so einen Kanal Komme ich durch so einen Kanal Vielleicht in diesen Raum rein Raum, Raum rein Äh, warte Ist da irgendwie so eine Bodenplatte offen? Ne, auch nicht Ne, was habe ich die Oh Gott Wenn ich die umsonst getötet habe Oh nein Oh nein Das wäre so schlimm Dann müsste ich nochmal neu laden Ach, kann ich das nicht hier? Ne Open Ich bin doch im Observatorium jetzt, oder nicht? Ah Da war gerade öffnen Was? Ach Ich habe sie umsonst getötet Oh mein Gott Das ist so schlimm Ach guck mal Das ist das schön Screenshot Screenshot So Oh Ja Das war Ich schäme mich Wirklich, ich schäme mich Minispiel? Tast bewegen Angleichen und Eingabe Was? Was? Ich verstehe es nicht ganz so Ob das richtig war Eingabe drücken Zum bestätigen Muss man noch Achso Hä? Was für eine Bestätige nicht Eingabe? Achso Hä? Ich check's nicht Eingabe Mit Tasten Bewegen Ja Kann ich ja hier Angleichen und Eingabe drücken Zum bestätigen Mach ich Ich bewege mich hin Ich bewege mich hin Und dann drücke ich Eingabe Also Enter halt Muss man das vielleicht Hundertmal machen? Anderes Eingabe? Ich hab keine Ahnung Was machen wir hier? Ah Mit Return Das andere Eingabe Ich mach mal kurz was Das andere Eingabe Achso Oh oh Steuern sie Jan und Drücken Mit Tasten bewegen Was? So Was muss man machen? Was? Muss man nicht so ganz Stellen sie eine Andock Ausrichtung Mit Tasten bewegen Achso Eingabe wieder Das andere War das falsch? Ja richtig sogar Da ging's nicht um Millimeter So Das auch noch? Ne Noch ein Mini-Spiel Easy peasy Jetzt gucken wir mal Wie geil das aussieht Boah Muss ich auch noch Einen Bonbon Nehmen Wo ist das denn? Die Ani So Ani Jodora Da ist ein Schiff Ne Das sind wir Okay Ähm Ah ja Das ist ansteigend Was? So mit dem Daumen So Äh Ich geh nach draußen Wie Du gehst nach draußen Äh 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 Okay Klettern Oh Warte Jetzt die Ohren Ich glaub Also wenn das noch lange dauert Dann muss ich echt Pause machen Auf meiner Ohren wegen Wo muss ich hin Äh Was Äh Was Geben die Koordinaten der Torrens manuell ein Ja aber wo? Okay auf jeden Fall hier wieder raus Weil da geht's nicht weiter Alles klar So viel ist sicher Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren Einen Moment Das hier? Das ist die Luftschleuse? Ah Okay Ah Gucke mal Äh Schön Werbung im Aufzug Sauber Oh mein Gott ey Werbung für Sixen Und für Ah Habe ich das neueste Modell? Track and exterminate Before they breed Was? Not Firmin? Was ist denn Firmin? Firmin? Die Ungeziefer oder was? Ist das Ding da um ungeziefer zu finden? Naja gut Okay Warte gucken wir mal Ah jetzt muss ich echt Ohne Scheiße Jetzt muss ich echt So einen Anzug anziehen Ich speichere lieber vorher mal Ich glaube jetzt mache ich mal kurz Pause Und hüpfe durch die Gegend Und guck mal wie weit ich bin Ob ich das jetzt In dieser Session noch zu Ende spiele Oder ob ich mich nochmal entsetze Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal